Herzlich Willkommen zu Let's Play, und diesmal wirklich, Let's Play Skyrim. Das soll ja das größtartige Spiel sein, was ich je gehört habe. Ich habe es schon ein bisschen länger, ich habe es damals auch ein bisschen tiefer gesuchtet. Und jetzt veröffentliche ich das sogar bei YouTube. Aber das seht ihr ja selbst, da wollen wir ja. Mal gucken, hoffentlich ist die Helligkeit auch richtig. Nicht wenn da jetzt die Helligkeit wieder so wie bei COD ist, aber ich sehe es, da muss noch ein bisschen dunkler gemacht werden. Ich bin jetzt noch ein bisschen an Machen und Tun und so weiter. Helligkeit noch ein bisschen reduzieren auf 10, müsste theoretisch eigentlich viele Auswirkungen haben. So lange ihr was sehen könnt und ich eben am Zocken bin. So, das wollte ja nicht länger nehmen. Am Ende kann man sowas immer sehen, wenn man eben am Aufnehmen ist. Gestern bei Black Ops 2 war es ein bisschen extrem hell. Ihr könnt ja mal unterschreiben. Ne, warte, bevor ich da komme, bevor ich zu dem Thema komme, erstmal zum anderen Thema. Wenn euch irgendwie an meinen Kameraden oder an meinen Zockerkollegen was stört, könnt ihr das ruhig in den Kommentaren schreiben. Ich gehe darauf ein, ich rede mit denen. Wenn er öfters abgeknallt wird, ist das normal, dass man stirbt. Wenn er jetzt mal gespawnt wird, das könnt ihr wahrscheinlich auch nicht ab. So, jetzt gehen wir ja mal hier rein. Jetzt halte ich mal die Schnauze. Warte mal ein bisschen. Ein bisschen laut. Wört ihr auch mal? Wört ihr auch mal? Untertitelung. BR 2018 Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten, genau wie ihr. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmännchen sein! Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfeld. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmwände, hinter denen das Kaiserreich hier ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Die. Wo wo da hinten? Und was stimmt mit dem nicht, hm? Passt auf, was ihr seid. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jachet von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber so von Gerda erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Ort standen Sie? Pferdedieb. Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Lords seinem Zuhause gelten sollten. Oh, ich komme aus Ulfric Sturm. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Ach, die Weller, die Laren, Akatos. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Sieht so aus, als sei ein Italmoor bei Ihnen. Verdammte Elfen. Ich wette, Sie hatten dabei Ihre Hand im Spiel. Das ist Helgien. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwemmt. Obwohl Wielod immer noch seinen Wacholder während mitmacht. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den mauernen Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an? Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht wachen lassen. Nein, wartet. Wir sind keine Rebellen. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmantel, Jarl von Vinten. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Rala von Flusswald. Lopje von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht vorumschätzen. Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da. Tretet vor. Wer seid ihr? So. Und so dürfen wir uns jetzt unseren eigenen Charakter machen. Ähm, ja. Charakter. Kontrolle mal. Also. Okay. Wie tun wir jetzt hier so? Was nehmen wir denn jetzt? Nennen wir jetzt Nord. Obwohl man nicht so rumspacken würde. Hallo. Ach, schluss auf. Ah, jetzt geht's. Wir lecken ein bisschen. Weil es ist geil, wenn man die höchste Grafik hat. Ähm. Wir nehmen. Ach, wir nehmen einfach mal Nord. Nord ist geil. So. Ihr könnt ja... Ja, was denn? Ja, mal Charakter machen. Das ist immer das Problem. Danach kann ja das andere. Geschlecht kann man männlich oder weiblich machen. Wir sind aber keine Tussi. Wir sind... Oder wir sind keine Lady. Tussi sind das ja nicht. Ladies. Wir sind natürlich Thierry. Mit Muskelwirtmannskrete. Machen wir mal schnell. Ich lass den mal so wie er ist. Kopf. Ja. Ich bin so nicht so ein Fan für... Ähm, die ganzen Details und so. Wir lassen ihn mal so wie er ist. So. Wir lassen ihn mal so wie er ist. Wir lassen ihn mal so wie er ist. Pfff. Weiß ich nicht. Nord-Name. Äh. 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 Ja, in eurem Heimatland. Moin. Zack ich hier. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heim zu kehren, Standesgenosse. Echt mal. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Mir befehlt Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens starbte ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann Gefangener. Ja, das leckt schon wieder. Spiel wird automatisch gespeichert. Dann leckt das, oder dann fängt das im Kurs. Dann denkt man, es ist eingefroren. Aber es ist nicht. Dafür kann ich leider nichts. Das ist leider bei der X-Box 360. Und ein Sturmmantel. Manche hier in Helden nennen euch einen Helm. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen. Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch rechten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weiter machen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der achtgöttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seen Aetherius übergeben. Und Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Der arme Armelmann. Tut mir jetzt schon leid. Meine Arten lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Kaiserlichen Dreckskerle. Gerechtigkeit. Toten Sturm entünden. Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Talum, Talnort. Ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das genügend? Diese Kaiserlichen heutzutage denken immer, die können machen, was sie wollen. So ein Block, der fang eine schön weitergehen. Ach, ich muss meine Wörter zügeln, ey. Bitte nicht. Ich bin noch für jung. Ich will nicht sterben. Nein. Nein. Ich tue alles. Bitte. Bitte. Nein. Bitte nicht. Nein. Was habt ihr gesehen? Nein, egal. Was ist denn den Fall hin? Oh, er wies an sich. Ich weiß nicht. Ich will jetzt den Kronensturm von denen ein bisschen komisch gemacht. Aber sonst geht das. Boah. Es geht ab, Alter. Leute, es gibt Action. Sven, nicht mehr die Langweilige-Ange-Szene. Aber die Anfangszene kennt ihr auch. Oder springen. Das ist kein Problem. So, oder? So, oder? So, oder? So, oder? Äh, faktiv. Reiz, 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 reiz. Reiz, reiz, reiz. Reiz, reiz, reiz. Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahrer sein? Legenden brennen kann ich auch von hier. Oh, jetzt läuft das. Nein, ich renne nach dem Bein. Das ist mir jetzt zu langweilig. Kann man ein bisschen labern und so. Und nicht so. Ja, brenn nieder. Ich kacke da jetzt nieder. So, das ist gleich auch schon der erste Part im Kasten. So soll es nicht zu sein. Ja, ja, ein paar Liter drin sind. Ich werde noch gleich auf die Schlussrichter hin. Sonst könnt ihr entscheiden, welche Seite ich da habe. Kaiserliche, oder? Ich muss dann antonio suchen. Wir sprechen mal von hier. Sprechen mal von hier. Sprechen könnte ich drauf auch jetzt, oder? Ja, da steht ja. So, jetzt. Ja, ja. Wir mögen euch nein. So. Ihr könnt im nächsten... Ihr könnt immer in den Kommentaren schreiben, welche Seite ich danach wählen soll. Das geht ja danach ein bisschen weiter. Aber wenn mal, ich kann ja noch ein bisschen facken. Ja? Lass es sehen. Ja? Ich mache nochmal ein bisschen zu der Stelle, wo man entscheiden kann, welchen Weg man gehen will. Ihr kennt ja alle wahrscheinlich schon Skype. Ja? Auch wenn ich fällig Spoiler... Ich bin eben noch nicht so lange in der Branche mit den Youtube und Videos. Ihr müsst mich entschuldigen. Das kann wohl auch erst mal ein kleiner Hobby von mir sein. Ein paar Videos von mir sein. Später... Nichts dauert. Und werde ich mir... Ich hab ja noch nicht so ein richtiges Ganze stehen wie die andere. Nehmen wir jetzt mal die Kids Meet. Die haben ja alle einen geilen PC und so. Und das habe ich eben nicht. Weil das ist natürlich ein Marsch. Dafür kann ich leider nicht. So. So. Jetzt werde ich hier Schluss machen. Hier das entscheiden, welche Seite ich nehmen soll. Die Sturmenden oder eben die Kaiserlichen. So. Ihr wollt ja noch sehen. Die Speichern. Hehehe. Ja. Ich geh auch speichern. Ähm. Ja. Und ihr könnt entscheiden, wenn ich nächstes Mal bei Let's Play COD BO2 Multiplayer, wenn ich einen Gast nehmen soll oder eben nicht. Also könnt ihr entscheiden. Ihr habt die Entscheidung. Also haut rein.